In diesem Video Tutorial möchte ich Ihnen aufzeigen, wie ich eine Website auf ein Handy bringe und zwar indem ich die Website responsiv anpasse und danach ein Bildschirmfoto mache und dieses Bildschirmfoto zum einen in Affinity Photo in der Perspektive in ein Handy einpasse und zum anderen, wie ich das in Adobe Photoshop mache. Ich habe dann diese Ansicht eines Screenshots und ich werde dann die Kombination in der Perspektive in Photoshop und Affinity Photo einmal vorzeigen. Viel Spass beim Video Tutorial dazu. Bis zum nächsten Mal.